Das ist schön, da oben habe ich ja noch mehr. Wie sieht mein Inventar aus? Ich habe Platz. Ja, wir werden jetzt eine ordentliche Meile abbauen. So, wir kriegen dich auf jeden Fall auf Level sonst was. So. Okay, da war irgendwie so eine, ja, ist eine Geschwindigkeitssache gerade gewesen. So, ja, ich habe nichts, deswegen kann der ja auch nicht aufnehmen. Da oben wird das mal, da oben wird das spannend, wenn da jetzt so viel ist. Vor allem, das ist ja dann alles zum Verkauf freigegeben hier, was hier abgeerntet wird. Das wird ja alles verkauft, das wird ja nicht behalten. So. So, genau, das ist alles so toll, dass das hier so funktioniert. So, hier auch. Aber bald müsstest du schon eine W8 sein. Also, ich habe ja hier schon ordentlich gemacht. Oh, Gott. Mensch, ich will mit dir reden, aber immer wenn du hier draufstehst, kann ich nichts machen. So, jetzt. Ja, Level 8, da zieht sich hin bei Level 8, bei dem, keine Ahnung, morgen. Weiß der Teufel. Wir haben auch noch hier was zu tun. So, hier ist auch noch was. So, wir kriegen auf jeden Fall Dreamlight, die Erfahrungspunkte. Na, so. Weil, hier ist ordentlich. Und wenn wir das dann noch verkaufen, ja, wir haben zwei komplett volle Verkaufsdruhen. Dann ist das ja noch eine ganz andere Sache. So. So. Ja, das sind noch ein bisschen, ein paar sind vertrocknet. Gott, das ist anstrengend. Ich muss, ich habe kein vergessen, dass Ernten so anstrengend ist. So. So, auch hier. Ich habe sie ja echt übertrieben, ne? Obwohl, ich wollte ja nur SCAR hochlevin. Okay, hier hängt uns auch wieder was. Level 9 solltest du wenigstens mal beitbekommen, ne? Level 9 wäre schon schön. Ach, shit. Da war was gewesen. Oh, da hätte ich echt punkten können. Ähm. Ähm. Ich bin voll. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes voll. So. Die, die jetzt noch nicht fertig sind, die gieße ich noch schnell. Und auch hier. Ist hier hinten noch wieder was vertrocknet? Nö, hier sieht alles gut aus. Wir verkaufen erst mal das, was da ist. Also, was man im Detail hier vollhaut. Mal gucken, wie viel wir hier rausbekommen. Verkaufen. So. Ne, fruchtbare Erde, nein. Die scheiße zu bekommen. Ähm. Bin froh, dass wir überhaupt welche haben. So. Öl ist auch hier sehr wichtig. So. Dann, ja, wir hauen das erstmal alles weg. Weil wir haben das ja sowieso ein Unmeng. Und haben da auch schon wieder fast gleich 30.000. Die 30.000 nochmal vollkriegen. Sag ich doch. 30.000 und zwei. 31.000. Super. Das ist das Einzige, was ich behalte. Weil es ist echt Mangelware hier. Ja, ich hab die Bandanen vergessen. Ja. So, dann wollen wir mal. So. So. Mann, ey, Alter, du blöde Sau. Oh, ey, ehrlich. Verficktes Arschloch. Muss der da mitten im Weg stehen. Ey. Ja, endlich. Der steht nicht im Weg. So. Cool. Ey, das ist ja auch mal nicht so. Das ist ja auch nicht so oft, dass der mal nicht im Weg steht. So. Und auch hier. Einmal die Reihe entlang. Ich sehe es schon wieder nicht. So. Na. Und auch hier. Wart mal. Ach, Mensch. Dieser Scheiß-Bäume hier. Kannst du mal woanders hingehen? Will nicht im Weg rumstehen. Ich möchte dich hochleveln, damit du mir Missionen hilfst, aber nicht, dass du mir im Wege stehst. Ach so, das kann ich mir gar nicht ab. So. Und bitte, sie kommen endlich mal auf Level 9, weil es geht mir gerade um bis auf den Sack. Ja, das braucht ja eh nicht. Obwohl, ohne auf sich nicht die Hälfte Börner. Das ist eher so ein bisschen eingefroren, das ist eher so ein bisschen eingefroren, das ist eher so ein bisschen eingefroren, das ist ein Denkwissen. So. So. Hier auch. So, aber nehmen wir mal hier mit. Na, der schnellste ist er auch nicht. Da braucht er mir da wichtige EPs, indem er sich da einfach mal in den Wege stellt. So. Geht's doch mal weg da? Ich bin dein Vater. I lalalalalalove you. I lalalalalalove you. Yes, I do.